In diesem Video geht es darum, was die Projekte der echten High-Performer von denen der sogenannten Schaumschläger unterscheidet. Und wenn dich das interessiert, dann bleib dran, bis gleich nach dem Intro. Du kennst sicher den Klassiker, wenn ich heute Facebook öffne, dann dauert es keine 10 Sekunden, bis man ein durchaus schick gekleideter junger Mann, in der Regel sind es Männer, in einem Screenshot zeigt, wie er im Internet Tausende von Euros verdient. Wow! Vielleicht sitzt er dabei sogar noch in einem schicken Sportwagen. Das hast du sicher schon mal erlebt, oder? Und da stellt sich doch schnell die Frage, wie zum Teufel macht er das? Kennt er einen bestimmten Trick, den er niemandem verrät? Hat er seinen Tag mehr als 24 Stunden? Hat ihn sein alter Herr gesponsert? Oder will er uns einfach nur hinters Licht führen? Die Wahrheit ist, es spielt überhaupt keine Rolle, es ist nicht wichtig, was ein anderer vorgibt zu sein, solange wir seine Situation nicht genau kennen und die folgenden Fragen nicht beantwortet sind. Wie viele Jahre hat er dazu gebraucht? Wie viele Fehlversuche hat er hinter sich? Wie viel Geld hat er bis dahin verbrannt? Wie viel Gewinn bleibt abzüglich aller Ausgaben wirklich hängen? In welchem Marktsegment ist er tätig? Auch das ist ein wichtiger Punkt. Alles Unbekannte, die in keinem Satz erwähnt werden und die sich mit einer spezifischen Situation ohnehin nie decken. Stellt sich die Frage, wie kannst du die Abzocker von denjenigen unterscheiden, die wirklich Ahnung haben und die wirklich weiterhelfen möchten? Und dazu einfach ein paar Tipps von mir. Tipp Nummer 1, lass dich nicht von dieser Geldredelei blenden. Hinterfrage ganz kritisch alles und jeden, natürlich auch mich. Im Internet findest du alles heraus. Recherchiere also, ob die Person wirklich das ist, was sie vorgibt zu sein, wie lange sie im Geschäft ist, was ihre Kunden sagen, wie ihr Werdegang war. Suchst du jemanden, dem du vertrauen kannst oder das schon geschafft hat, was du auch erreichen möchtest? Ich bin seit 2013 im Online-Geschäft und halte es heutzutage für nahezu unmöglich, als Einsteiger ohne Hilfe eigene Projekte aufzubauen, die über Jahre hinweg ein stabiles Online-Einkommen generieren. Tipp 2, fokussiere dich auf die eine Sache. Nein, nicht vordergründig auf Geld wie die meisten, sondern auf hochklassigen Mehrwert und herausragenden Kundennutzen. Ich garantiere dir, je mehr Werte du schaffst und je mehr Menschen du damit hilfst, ihre Probleme zu lösen, desto mehr bekommst du auch von diesen Menschen wieder zurück. Wie sieht das jetzt konkret in der Praxis aus, so ein Business aufzubauen? Und dazu habe ich ein kostenfreies Info-Webinar erstellt. In diesem Webinar zeige ich dir Schritt für Schritt, wie du dir ein ehrliches, nachhaltiges Affiliate-Business aufbaust. Ein Business, das eben nicht auf schnell verdientes Geld ausgelegt ist, sondern eines, das dir auch ohne Marktschreierei einen vierstelligen Monatsverdienst ermöglicht. Nicht über Nacht, nicht in den nächsten 30 Tagen, aber über die Jahre hinweg wird sich das so festlegen. Wenn dich das interessiert und du auch von meinem Weg zu einem ehrlichen und nachhaltigen Online-Business erfahren möchtest, dann lade ich dich ein, in dieses Webinar zu kommen und daran teilzunehmen. Den Link dazu packe ich dir unterhalb in die Videobeschreibung. In diesem Webinar erfährst du unter anderem, warum es für deinen Erfolg enorm wichtig ist, die rosa Brille abzunehmen und nicht dem großen Geld hinterherzulaufen. Deinen Fokus auf erstklassigem Mehrwert und herausragenden Kundennutzen zu fokussieren. Einen x-fach erfolgsertrobten Ablaufplan zu verfolgen. Und vielleicht noch wichtiger, du brauchst einen ehrlichen und verlässlichen Partner an deiner Seite, der dir jederzeit weiterhilft. Ich möchte dieser Partner für dich sein und dir den echten, ungeschönten und vor allem 100% realistischen Weg zu einem erfolgreichen Affiliate-Business zu zeigen. Wenn das interessant für dich ist, dann klicke jetzt auf den Link unten in der Videobeschreibung und wähle dir deinen Wunschtermin für dein Webinar aus. Ich freue mich auf dich. Wenn dir das Video gefallen hat, dann schenke mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben, abonniere meinen Kanal und teile das Video, damit auch andere in den Genuss dieser Informationen kommen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.